Mittwoch, der 15. Mai 2019. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Chris Fleischauer. Guten Abend, willkommen zu Lotto am Mittwoch live hier aus Saarbrücken. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und da war ja mal richtig was los am Samstag. Ich war nicht da. Miri und das gesamte Team, die haben das aber alles gerockt hier und hatten alles im Griff. Also, auch eine Panne, die kann uns nicht aufhalten, die Lottozahlen hier in Saarbrücken zu ziehen. Und bei mir gab es noch keine. Ich muss Holz suchen, weil das ist ja hier alles Plexiglas. Kann ich ja nicht. Also, dreimal auf Holz. Ich glaube, heute passiert auch nichts. Und Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind natürlich, vor allem natürliche Ziehungsgeräte, gründlich überprüft. Es ist ausgetauscht. Es ist nicht die gleiche Maschine wie am Samstag. Das kann ich schon mal versprechen. Und jetzt heißt es, Daumen drücken bei Ihnen zu Hause und bei uns hier im Studio, dass alles funktioniert. Ihnen allen viel Glück. So, ein Spieler aus Baden-Württemberg, der konnte sich mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von nur, in Anführungsstrichen muss man sagen, 1 zu 10 Millionen über einen Millionenbetrag freuen. Er hatte nämlich die sieben Ziffern im Spiel. 770 am Samstag richtig. Also, die hatten mit Lotto nichts zu tun. Glückwunsch zu 1.177.777 Euro. Mit der 21 fangen wir an heute. Der Jackpot bei 6 aus 49. Der wurde nicht geknackt. Wer heute auf seinem Schein die 6 richtig mit der passenden Superzahl hat, der hat die Chance auf rund 8 Millionen Euro. Die 18 ist die nächste. Ja, und immerhin konnten sich zwei Spieler über einen einfachen Sechser freuen. Ein einfacher Sechser, der kann aber auch schon mal richtig viel wert sein. Nämlich so wie auch am vergangenen Samstag jeweils 2 Millionen Euro gehen nach Bayern und Niedersachsen. Glückwunsch. Die nächste ist die 13. Ja, die bringt immer Glück. So, und bei der Zusatzlotterie Super 6, da gab es sieben auf einen Streich. Jeweils 100.000 Euro. Die gehen dieses Mal nach Bayern, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg. Also dreimal. Die nächste ist die 45. So, und heute scheint ja alles reibungslos zu funktionieren. Ich habe alles persönlich repariert, aber in der Technik steckt man ja manchmal auch nicht drin. Und so ein Ziehungsgerät, das darf ja irgendwann auch mal streiken. Die haben ja schon viele Jahre auf dem Buckel. Die vorletzte, die 36. Und wenn Sie mal bei uns hier im Studio zu Gast sind, dann können Sie sich das auch angucken. Wir setzen ja hier noch auf die gute alte Mechanik, also relativ wenig Elektronik. Keine Pustekugeln oder sowas. Deswegen haben wir auch so gut wie Nippannen hier bei uns. Die letzte ist die 35. So, das habe ich versprochen. Lottozahlen haben wir schon mal. Jetzt muss eigentlich nur noch die letzte Maschine funktionieren, weil die Zusatzlotterien, die haben schon funktioniert. Ich drücke nochmals ganz fest die Daumen. Hier ist die Ziehung der Superzahl. Ihnen allen viel Glück. Insgesamt haben wir 17,1 Millionen Euro in der Ausspielung und wie gesagt, in der obersten Gewinnklasse im Jackpot von 6 aus 49 rund 8 Millionen Euro für die 6 Richtigen. Und diese Superzahl, die 9. So, und jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen von heute an. Das Ziehungsteam ist erleichtert. Alles funktioniert. So, hier sind sie. Die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 13, 18, 21, 35, 36, 45 und die Superzahl 9. Weiter geht's mit den Gewinnzahlen, den Zusatzlotterien. Die werden ja bereits in meinem Vorfeld zur Live-Zung ermittelt. Ich habe hier schon gesagt. Spiel 77. 6, 4, 6, 6, 5, 6, 0. Und noch die letzte, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 9, 0, 5, 2, 9. Nachlesen können Sie wie immer nochmals alles ganz in Ruhe auf lotto.de. Soweit die doch reibungslos funktionierende Lottoziehung für heute. Am Samstag um 19.25 Uhr ist Miriam dann wieder für Sie da. Hoffen wir mal, dass alles glatt läuft. Bis dahin Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Nee, schöne Woche. Wochenende kommt erst noch. Also, tschüss, schöne Woche. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.